Letzter Kampf, vorausgesetzt, immortales Gewinn. Zwei, 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 eins, immortales, zwei, eins, weiter. Gott, Bianca, ein Treffer noch. Ah, nee, das war kein Treffer, noch vor allem. Das war ein Schweinchen. Treffer. Warte, warte. Auf der Anstieg. Küken. Stop it! Das waren jetzt vier Treffer. Also nehmen Sie nicht als Treffer. Es war der vierte, aber egal. Bei Bianca? Ja, ja. Also wir haben effektive Ergebnisse. Tatsächlich kurioserweise nur 3 zu 2. Für Immortales. Ja. 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 Ja.